Und hier ist sie wieder, die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Euro. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind in der 10 Euro Überraschungsshow. Hier ist der Name, Programm, jedes Produkt eine Überraschung. Denn auch wir Moderatoren wissen nicht, was kommt. Und jedes Produkt nur 10 Euro. Oder Carsten, weißt du etwa mehr? Nee, ich hab auch keine Ahnung, was jetzt kommen wird. Ich weiß doch, dass es sehr interessante Artikel sein werden. Denn so wie Diana da hinten schon steht und grinst, steht uns da einiges bevor. Und Ihnen auch, liebe Zuschauer, Sie können gerne bis zu 5 Mal zugreifen. Es sei denn, wir sagen Ihnen etwas völlig anderes. Aber dazu kommen wir vielleicht an anderer Stelle noch mal etwas genauer zu sprechen. Wir hauen mal auf den Buzzer. Das wäre das Stichwort für Diana, um den ersten Artikel zu bringen. Und wie immer gilt auch heute wieder, Ralf freut sich immer über Spielzeug. Ich freue mich immer über ein bisschen was Technisches. Da haben wir vieles im Programm. Oh, cool. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist interessant für mich auch. Und ich brauche das. Oh, ich will das auch haben. Nein, das ist für mich. Oh, die sind aber echt klasse. Die kann ich immer auch gut gebrauchen. Alle? Alle. Springformen. Fünfer Set. Springformen. Und das im Fünfer Set. Antihaft beschichtete Springformen. Die man haben sollte, wenn man gerne mal Kuchen- oder Tortenvariationen probiert. Und ich glaube, die hätten wir alle in den letzten Monaten sehr gut gebrauchen können. Wenn man nämlich mal ein kleines Leckerli machen möchte. Und das nicht nur zum Geburtstag, sondern die Familie, die man mit einem leckeren Kuchen verbinden möchte, ist natürlich so eine Springform absolut unerlässlich. Und wir haben fünf verschiedene Größen für vielfältige Kuchen- und Tortenvariationen. Ideal auch zum Backen von mehrstufigen Torten. Stimmt. Das große Backen bei PölkTV, liebe Zuschauer, ist natürlich großartig. Hitzebeständig bis 260 Grad Celsius. Und einfaches Lösen. Sie wissen, was eine Springform ist. Einfaches Lösen durch oder dank Tortenring mit Schnappverschluss und herausnehmbarem Boden. Das Schöne ist natürlich, wenn man sie nicht draufpackt, packt man sie ganz einfach ineinander und kann sie platzsparend im Schrank verstauen. Großartig, oder? Also das freut mich echt. Vor allen Dingen, jetzt gehen ja so wieder Geburtstage los, Hochzeiten. Vielleicht versuchen Sie sich auch mal eine mehrstückigen Torte. Ja. Das finde ich echt cool. Also auch mal, wenn du mal, zum Beispiel wenn man gerne bäckt, aber man weiß, okay, Mensch, mein Partner ist das eh nicht, weil ich mache das immer ein bisschen gesünder. Dann kann man das Ganze ja auch in klein backen. Da muss man jetzt nicht die große, die große Springform nutzen, sondern kann die ganz kleine Backform nutzen. Also das entscheiden natürlich sie. Und es gibt ja ganz häufig, dass man sagt, Mensch, es lohnt sich nicht jetzt für eine Person da zu backen. Da kann man auch mal eine kleine Portion machen. Also ich finde das ganz, ganz toll. Das ist großartig. Das ist eine TV-Neuheit, liebe Zuschauer. Eine TV-Neuheit auf Promotion-Tour sozusagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein 5er Cent antihaftbeschichtete Springformen vom Preis her lange Zeit auf 10 Euro halten können. Das ist quasi eine Art Einführungsangebot, liebe Zuschauer. Und die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt hier bei knapp 35 Euro. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Sie wissen, was eine Springform schon kostet. Hier bekommen Sie 5 Stück im Set und zwar in den Größen. 18 Zentimeter Durchmesser. 20, 22, 24 und 26. Also 5 Stück an der Zahl. Und das Schöne ist, gerade in der Küche wird sie immer ein bisschen änger. Ja, aber jetzt kann ich jeden nutzen. Das ist echt Wahnsinn. Normalerweise nur eine kostet 10 Euro. Locker, ne? Ich habe auch 10 Euro für eine ausgegeben. Ja, haben die meisten wahrscheinlich. Die Regel nimmst du die 20er oder die 26er für die etwas größeren Torten. Und du kannst eben auch mal etwas kleinere backen. Vielleicht auch mal für einen Einzel- oder für einen Zweitpersonenhaushalt. Wie Sie es auch machen, Sie machen es richtig. Wenn Sie sich das 5er-Set antihaftbeschichtete Springformen in 5 verschiedenen Größen nach Hause bestellen. Bestellte mal hierfür ist die NX 7997 und die 569. NX 7997 und die 569. Fünf Stück an der Zahl antihaftbeschichtet und das aus TV. Neuheit für gerade mal 10 Euro. Ein fantastisches Angebot und so darf es gerne weitergehen. Sie wissen, hier in der 10-Euro-Überraschungsshow gibt es immer wieder den ein oder anderen Schnapper abzuräumen. Insofern freuen wir uns natürlich, wenn wir Ihnen da das Passende anbieten können. Wir schauen mal, was Diana sonst noch so alles in den Petto hat. Oh, das ist, glaube ich, für den Kofferraum, oder? Was ist das denn? Ich glaube, das ist so ein Trenner für den Kofferraum, damit deine Einkaufen nicht umherfliegen. Och. Ja, genau, das ist eine Kofferraum-Gepäckfixierung aus Schaumstoff. Das Ganze ist dreiteilig und hier sieht man, wie das funktioniert. So sieht es vorher aus, so hinterher, wenn dann die Fixierung angebracht ist, per Klettverschluss und gerade auch mal so für Flaschen oder andere Einkäufe, dass sie nicht umherfliegen. Es ist schonend und schmutzabweisend und du kannst es immer wieder mitnehmen. Du kannst es variabel und flexibel einsetzen durch diesen Klettverschluss und du kannst es natürlich auch von Auto zu Auto mitnehmen, weil es wird ja einfach nur per Klettverschluss fixiert. Also finde ich ganz, ganz toll. Die kann man auch zusammen klipsen, habe ich gerade gesehen jetzt hier. Das ist natürlich großartig. Jeder hat doch mal irgendwas. Ich habe in meinem Kofferraum, habe ich immer entweder eine Flasche mit Glasreiniger, um zwischendurch mal die Scheiben oder die Rückspiegel mal sauber zu machen. Und ich habe immer so eine Flasche mit Scheibenwasserreiniger, um ganz einfach mal zwischendurch mal nachzufüllen. Aber irgendwie fliegen die mir immer durch den Kofferraum rum und da ist mir noch keine Idee gekommen, wie ich die einigermaßen fixieren kann. So etwas wie ein Netz oder so, was habe ich da hinten ganz einfach nicht drin. Ich lege immer ein Handtuch drüber, damit sie so klappert. Aber hier hat man natürlich ganz einfach die Chance, die etwas enger zusammen zu machen und dann bleibt das alles dort, wo es hingehört. Und spätestens dann, wenn Ihnen mal eine Flasche oder was im Kofferraum kaputt geht oder mal so eine Tüte Milch ausläuft oder so Scherze, weil die von einer Ecke in die nächste fliegt, weil sie ein bisschen rasanter in die Kurve fahren, wissen Sie, dass dieser Artikel definitiv sinnvoll wäre. Das ist ein Dreier-Set, wenn ich das richtig verstehe. Richtig, das Dreier-Set, das bekommen Sie hier für 10 Euro und das ist natürlich super ärgerlich. Ich glaube, das kennt jeder, dass mal im Kofferraum Einkäufe hin und her fliegen. Auch unsere Redakteurin ist das passiert, im brandneuen Auto ist dann die Sektflasche kaputt gegangen. Das mockert natürlich auch eine Zeit lang nach. Also es riecht dann wie eine Brauerei. Den Gestank kriegst du nie wieder raus. Noch schlimmer finde ich, ist Milch, wenn die so vor sich hin gärt. Also da kannst du dir direkt schon neue Fußmatten kaufen. Da macht es natürlich Sinn, wenn man ganz einfach mal eine Möglichkeit hat, gewisse Dinge im Kofferraum zu fixieren. Das ist ein Dreier-Set, das heißt kleine, große Gegenstände fliegen Ihnen nicht mehr so unbeholfen im Kofferraum rum. Das ist eine Frage von Sicherheit und macht das Ganze natürlich auch mal ein vielfaches Aufgeräumte. Auch mal solche Sachen hier, kann man natürlich auch mal bieten, wenn man das möchte. Das geht auch. Coole Idee. NX 9401 und die 560 ist die Bestellnummer, damit nichts mehr im Kofferraum herumfliegt und dann im schlimmsten Fall noch die Sektflaschen kaputt gehen. Das ist ja schade um den Alkohol, ne? Ganz zu schweigen vom Geruch. Ja, selbstverständlich. So, also wir sehen es hier sehr schön, egal ob gerade oder auch mal etwas runde Geschichten, auch zu den Blumengeschichten. Wenn dir die umkippen, hast du den ganzen sauerreißen, den ganzen Dreck im Kofferraum. Kriegst du so in dieser Form auch nicht mehr wirklich raus. Fixieren Sie es ganz einfach mit einem tollen Artikel für gerade mal 10 Euro. Und ich bleibe dabei, was wir eingangs gesagt haben, Sie dürfen gerne bis zu 5 Mal zugreifen. Das heißt also, auch wenn Sie im Bekannten, im familiären Umfeld oder was vielleicht jemanden haben, bei dem Sie wissen, dass das Problem auch an anderer Stelle auftritt, bestellen Sie gerne ein zweites oder ein drittes Mal. Ich möchte wetten, damit laufen Sie offene Türen ein. Was klappert da so? Ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm. Das ist ja was Süßes. Guck mal, der kann auch leuchten. Och, das ist ja toll, Mensch. Das ist jetzt für 10 Euro. Ein Solar-Deko-Leuchtturm mit LED-Licht und drehendem Reflektor. Wie sich das für einen ordentlichen Leuchtturm gehört. Das heißt, einmal eingeschaltet, dreht er sich entsprechend wie ein Leuchtturm an der Küste. Das ist jetzt hier mal ein sehr schönes Deko-Element. Wir haben hier einen Akku mit bis zu sechs Stunden Leuchtdauer und ein Solar-Panel, das sich ganz einfach mit Sonnenenergie, also per Tageslicht, auflädt. Das heißt, einmal eingeschaltet, muss man sich um gar nichts mehr kümmern. Doch, um eine Sache noch. Sie suchen sich bitte ein schönes Plätzchen aus, im Garten oder vielleicht auch auf dem Balkon. Und schon erstrahlt dieser Leuchtturm in seiner vollen Pracht. Ein sehr, sehr schönes, authentisches Leuchtturm-Design hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht klasse aus. Hast du schon mal einen Leuchtturm gesehen? Echt? Ja. Warst du schon mal drin? Ja. Ja? Ja. Echt? Ja, in Vladivostok in Russland. Wie sieht das da drin aus? Das sieht gleich aus, aber ein bisschen größer. Nein, innen drin, wie es von innen aussieht. Ah, sehr gemütlich. Ich war noch nie in einem drin. Aber warum auch? Also, ich bin ja kein Leuchtturm-Wärter. Ich bin im Leuchtturm an der Küste. Finde ich cool. Ist ja wie so ein Aussichtsturm, wenn du da oben stehst. Ja, sehr cool. Dann holt man sich ja so ein bisschen Erholung, Urlaub nach Hause. Definitiv. Ist ein sehr, sehr, sehr maritimes Deko-Element. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Super. So, mit Helligkeitssensor. Das heißt, für automatisches Leuchten bei Dunkelheit. Und ein Akku, der bis zu sechs Stunden entsprechend dann leuchtet. Nochmal, Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Also, Sie schalten ihn einmal ein. Den Rest erledigt die Technik innen drin. Sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Motiv. Ich gucke gerade mal. 27 Zentimeter hoch, 9 Zentimeter vom Durchmesser. Ist schon eine staatliche Größe, finde ich. Gefällt mir gut. Also, auf Russisch heißt das Mayak. 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 Nee, wie Kajak, nur Mayak. Hm, genau. Mayak. Ich finde, das ist auch eine ganz tolle Geschenkidee, ne? Für jemanden, der an der Küste wohnt oder vielleicht so ein bisschen, ja, im Badezimmer sich so ein bisschen nordisch eingerichtet hat mit Muscheln und mit Sand. Das ist das richtig. Finde ich auch als Badezimmer-Deko schon sehr schön. Als indirektes Nachtlicht für die Kids. Also, eine ganz tolle Dekoration für den Gartenteich. Bestellnummer hierfür ist die NX1522. NX1522 und bitte die 569 nicht vergessen. Sie wissen, dieser günstige Preis von 10 Euro, das gilt für diesen, das gilt aber auch für alle anderen Artikel in der 10-Euro-Show, gilt natürlich nicht ewig. Immer nur im Laufe der Sendung und bis maximal zwei Stunden danach. Das heißt, ein bisschen Bedenkzeit geben wir Ihnen noch, aber was Sie haben, das haben Sie und dann kann Ihnen auch keiner mehr vor der Nase wegschnappen. Wenn was Interessantes dabei ist, wählen Sie bitte die kostenfreie Rufnummer 0800 51 51 und dreimal die 4. Die Kollegen im Service Center freuen sich da auf Ihre Bestellungen. So, was haben wir jetzt Schönes? Oh ja. Over-Ear-Headsets. Ein kabelloser Kopfhörer. Sehr, sehr cool. Richtig, das heißt, wie kommt die Musik in den Kopfhörer über Bluetooth? Oder aber, du hast ja auch eine MP3-Funktion, oder aber Radio, kannst du auch hören. Und damit genießt man wirklich kabellos Musik, wie man streamt die Musik einfach per Bluetooth vom Smartphone oder, ja, Sie nutzen das Ganze als MP3-Player und packen die Musik einfach auf eine Speicherkarte, ist natürlich auch toll. Du kannst sogar das aktuelle Radioprogramm genießen über die FM-Funktion. Das heißt, damit hörst du in Zukunft auch den Lieblingsradiosender. Und was kann man damit noch machen? Natürlich telefonieren. Eingehende Anrufe nehmen Sie direkt am Kopfhörer an. Ja, und dadurch verstummt dann auch die Musik automatisch. Das heißt, wenn du gerade Musik hörst, du wirst angerufen, dann verstummt die Musik automatisch. Du kannst sofort direkt am Hörer annehmen. Ist ja toll, oder? Ja, vor allem stelle ich wieder fest, also dieses Kunstleder hier, was hier immer für diese On-Ear-Headsets benutzt wird, ist wieder mal butterweich. Das ist ja wirklich was wie ein Babypupo hier. Ist aber nicht nur um die Ohren herum super gepolstert, dass Sie einen angenehmen Tragekomfort haben. Der ist also auch im oberen Teil des Kopfes auch nochmal zusätzlich gepolstert. Und auch die Länge der Bügel hier lässt sich jederzeit ganz einfach und komfortabel einstellen. Egal ob kleiner Kopf oder großer Kopf, das passt immer. Und grundsätzlich muss man bei solchen Kopfhörern auch immer bedenken, dass natürlich hier eine gewisse natürliche Geräuschunterdrückung entsteht. Wenn Sie die Kopfhörer über dem Ohr haben, kriegen Sie von den Umgebungsgeräuschen gar nicht mehr viel mit und konzentrieren sich natürlich ganz anders auf das, was Sie da hören. Das kann Musik sein, das kann vielleicht auch mal was aus dem Fernsehapparat sein, das kann mal ein YouTube-Video vom Laptop sein oder mal ein Streaming-Dienst, den Sie mal entspannt genießen möchten. Sie können aber auch eine Micro-SD-Karte reinpacken oder das Ganze natürlich gerne auch mal hier mit der Klinkerei, wenn Sie noch einen etwas älteren MP3-Spieler haben oder das Ganze auch mal mit dem Handy verbinden möchten. Aber das funktioniert eben am einfachsten via Bluetooth und das kabellos. Sehr, sehr schön gemacht und vor allem hat man dann so seine Ruhe. Aber auch andere neben Ihnen oder in der Nachbarwohnung haben Ihre Ruhe. Das heißt, Sie können die Musik oder das, was Sie hören möchten, so laut machen, wie Sie das für richtig halten, ohne andere Menschen zu stören. Und für 10 Euro, ein super Artikel. ZX 18 29 569 ist die Bestellnummer. Sie dürfen auch hier bis zu fünfmal zugreifen, so ein tolles Geschenk für die Enkelkinder. Und toll ist auch ein gutes Stichwort. Unsere Springformen sind sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat Anna zugegriffen. Liebe Anna, schicken Sie uns ein Stückchen Torte vorbei, ein Stückchen Kuchen. Am liebsten was mit Schokolade. Oder einfach auch nur ein Foto an der Redaktion at pearl.tv. So, wir machen weiter. Aber ich muss ja mal überlegen. Fünf Springformen in fünf verschiedenen Größen für 10 Euro ist ein Knaller. So, Preisalarm. Ich hatte Ihnen eingangs gesagt, dass wir grundsätzlich jeden Artikel bis zu fünfmal Probesteller ausgeben dürfen. Das ist in der fünf und der zehn Euro gleichermaßen, Show gleichermaßen der Fall. Beim Preisalarm sieht die Welt ein bisschen anders aus. Da sind wir so runtergegangen vom Preis her, dass wir maximal einen Artikel pro Besteller herausgeben dürfen. Aber das richtet sich jetzt an all die Grillfans. Denn wir haben hier einen Grillthermometer mit Bluetooth-Funktion, also auch für die Verbindung zum Handy. Egal welches, Android oder iOS, also Apple oder Samsung zum Beispiel. Und ein Temperaturfühler ist auch noch mit dabei. Und damit wird man vom Hobby-Grillmeister zum absoluten Profikoch, kann man sagen. Denn hier gibt es sogar noch unterschiedliche Programme, die man einstellen kann. Bis zu vier eigene Programme kann man sich zusammenstellen. Für die Grillbanane, Slump-Cooking oder Kaffee rösten geht auch. Ich glaube, ich bin durch. Was soll ich denn machen? Du bist schon ein Jahr gekocht. Ich bin bei 32 Grad Celsius. Was mache ich denn jetzt? Kucktemperatur, was bedeutet das? Ich bin schon fertig oder? Ich bin fertig. Ich bin mehr als durch. Ja, ich bin Medium. Wir haben acht voreingestellte Programme. Ich möchte wetten, bei euch beiden ist es auf Rind eingestellt. Wir schauen mal bei Pearl.de vorbei. Und da haben wir bei Pearl.de schon einen Preissitz mit knapp 19 Euro. Das ist natürlich für so einen Grillthermometer. Also wirklich mal ein Schnapper, muss man ganz klar sagen. Die UVP, also die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, liegt bei knapp 40 Euro. Sie machen heute hier einen Megaschnapper im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Haben wir den Preis mal eben geviertelt, also um drei Viertel runtergesetzt auf gerade mal 10 Euro. Es gibt vier individuell einstellbare Programme. Die kann man auch gerne speichern, je nachdem, was Sie machen möchten. Acht voreingestellte Programme für Rind, Huhn, Kalb, Pute, Lamm, Fisch, Schwein oder auch für Burger, für Hamburger. Das wäre natürlich sehr interessant und die App, die Sie dazu brauchen, die gibt es kostenlos für alle momentan gängigen Systeme. Es ist die Bestellnummer NC3888 und die 569 für unser Bluetooth-Grillthermometer mit dem Temperaturfühler und den 8-Programm-Voreinstellungen. Das ist meines Erachtens wirklich auch ein Muss, egal ob Hobby oder Profi, denn so gelingt das Fleisch genauso, wie Sie es haben möchten. Denken Sie da bitte dran, ist ein Preisalarm. Bitte nur ein Stück pro Besteller. Seien Sie uns nicht böse, aber bei dem Preisgefüge können wir mehr als einen Probesteller so nicht rausgeben. Aber damit gelingt es definitiv. Du kannst einfach rein mit dem Fühler einstellen, welches Fleisch du da hast und dann warnt er dich, wie wir es gerade gehört haben, wenn das Fleisch entsprechend durch ist, egal ob Englisch, Medium oder Well Done. Ja, also wir sind auf jeden Fall Well Done, dem Piepen zu urteilen. Ist natürlich auch toll, weil gerade jetzt mal so Pute oder Hähnchen wird ja auch schnell trocken und schmeckt dann nicht mehr. Oder wenn ich jetzt Gäste habe, ich als Nicht-Fleischesser will das ja auch wissen, ohne das Stückchen kosten zu müssen. Ist es jetzt durch oder nicht? Also für 10 Euro ist natürlich ein Hammer. Also einen Grillthermometer für 10 Euro musst du an anderer Stelle mit der Lupe suchen. Du wirst wahrscheinlich trotzdem nicht erfolglas sein. Also hier kannst du deinen Kaffee besonders fein malen. Und das hier ist aber was ganz tolles, denn das ist modern mit einem Keramikmalwerk. Also hier kannst du deinen Kaffee besonders fein malen. Und das hier ist aber was ganz tolles, denn das ist modern mit einem Keramikmalwerk. Das Ganze hinterher auch wieder luftdicht verschließen. Dann hat man nämlich noch einen Keramikbehälter. Die Handkurbel ist übrigens aus Holz, also tollste Material. Das ist natürlich toll. Du hast Kurbel und Aufbewahrungsglas in allem. Ist ja genial, oder? Ja, vor allem ist es immer frisch. Sag mal, jeder Kaffee-Genießer, und ich bin einer davon, weiß natürlich, dass ein frisch aufgebrühter Kaffee, frisch gemahlen, frisch aufgebrüht, nochmal ganz anders schmeckt als jeder andere komische Kaffee-Vollautomat oder Kapselautomat oder sonst was. Das ist meine persönliche Meinung. Um Gottes Willen, ich will da also keinen Kapselautomathersteller zu nahe treten. Aber frisch gemahlener Kaffee, das hat man früher immer gemacht. Man hat früher immer so einen Pfund Kaffee gekauft, hat den frisch mahlen lassen. Kann mich noch daran erinnern, das ist so eine Erinnerung an meine Kindheit. Wenn Sie die mal aufgemacht haben und nehmen da mal eine Nase vor, so wie so, ah, das ist ein Geruch, das duftet dann so richtig. Und den dann frisch aufgebrüht und ordentlich serviert, das ist mal was ganz, ganz Besonderes. Da startet der Tag doch schon mal ganz anders. Jetzt kann man hier natürlich den Mahlgrad meines Erachtens auch einstellen, wenn ich das hier richtig sehe. Keramik-Mahlweg ist äußerst zuverlässig, also oben die Bohnen rein, mahlen, je nachdem wie viel Sie machen möchten, wie viele Tassen Kaffee Sie zubereiten möchten. Das fällt unten in den Auffangbehälter, der ist luftdicht abgeschlossen, das heißt, Sie entnehmen den frisch gemahlenen Kaffee gerne hier raus, das, was übrig bleibt, lassen Sie ganz einfach drin und machen das Ganze wieder zu. Also unabhängig davon, dass der Kaffee natürlich sensationell gut schmeckt, frisch aufgebrühter, frisch gemahlener Kaffee, frisch aufgebrüht, schmeckt immer um Welten besser als alles andere. Wenn Sie mich persönlich fragen, hat man natürlich hiermit auch ein sehr, sehr schönes Deko-Objekt für die Küche, oder? Sieht schön aus. Ja, cool, also gerade so Retro-Design ist ja momentan wieder stark und kommen auch so Küchenwagen, haben alle wieder diesen Retro-Look, dieses Vintage, oder Shabby-Chick nennt man das, das ist auch echt cool. Das ist auch eine tolle Geschichte, die passen dazu noch Kaffeebohnen, also perfekt. Ja, finde ich echt schön, auch so mit dem Holzknauf hier oben, sehr, sehr cool gemacht, dort eben auch mit diesem Auffangbehälter, luftdicht abgeschlossen. Das ist großartig, gefällt mir sehr, sehr gut, Edelstahl im oberen Teil, Keramikmalwerk, alles drin, alles dran, was man für einen vernünftigen Kaffee braucht. Alles, was Sie noch brauchen, sind ein paar Bohnen und dann kann es losgehen. Ich empfehle übrigens Espresso-Bohnen, bin ich ein großer Fan von, aber machen Sie das so, wie es Ihnen am besten schmeckt, das wäre am sinnvollsten. NC3055 und die 5690 Bestellnummer, ich würde mir das gleich zweimal kaufen, einmal für mich selbst, einmal zu verschenken, weil das ist total cool und kostet normalerweise viel, viel mehr, look, komm. Lass mich auch mal passen. Oh, du weinst. Check. Kleine Carsten möchte nicht weinen sehen. So. Oha, jetzt wird es sportlich, oder? Jetzt wird es sportlich. Oh, die habe ich mal, nein, das ist nicht sportlich, das habe ich mal im Elektrofachgeschäft im Sanitätshaus gesehen. Das ist so Balance-Kissen. Na, 50, oh. Oh, ist das cool. Ja, das sind so Balance-Kissen, das ist ganz, ganz schön. Ein Luft, hoppala. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Luftgefülltes Noppen-Sitzkissen und Balance-Kissen für Yoga, Fitness und Co. Meine ich doch. Ich habe nämlich schon den einen Tag noch mal drastend gesehen. Ich dachte einfach nur so für den Bürostuhl. Ne, das ist auch so ein Balance-Kissen, so zum draufstellen. Zum Stehen? Die Oldschool-Variante eines Vibrations-Trainer. Echt, du kannst dich da auch hinstellen? Soll ich? Nein, ohne. So? Ja, ja, klar. Oh, das ist meine, oder was? Siehst du? Das ist vom Prinzip her vergleichbar mit einem Vibrations-Trainer, nur dass der eben automatisch wackelt und hier musst du versuchen, deine Balance zu halten. Wird gerne, also meines Wissens, auch in der Reha und so weiter bei Sportverletzungen eingesetzt. Habe ich übrigens nach meiner Achillessehnenverletzung draufgestanden auf dem Ding. Das ist ja cool. Das ist auch durchblutungsfördernd, weil du hast ja hier diese Noppen und trainierst damit auch wirklich alles. Das Gleichgewicht, also wow, toll. Oh, das ist so angenehm. Und Muskeln, die man sonst nicht trainiert, durch diese Ausgleichsposition. Oh, das ist ja toll. Wow. Oh ja. Aktiv und im Sitzen. Ein Trainingsgerät und ich gebe euch vollkommen recht, auch ein ergonomisches Sitzkissen und Massagekissen. Oh. Ein Noppenkissen für mehr Körperwahrnehmung und bessere Durchblutung. So, eine Seite mit 240 weichen, flachen Noppen, die andere mit ca. 1600 harten, erhabenen Noppen, je nachdem, wie man es haben möchte. Hart oder zart, überall einsetzbar. Im Büro, zu Hause oder auf Reisen. Und das Ganze natürlich sehr, sehr angenehm durch dieses abfassbare Material. Einfach mal mit dem Lappen durch und fertig. Das Schöne ist, wenn Sie hier das Ganze als Sitzkissen benutzen, nimmt man damit automatisch eine etwas geradere Haltung ein, ist also auch für den Rücken, für die Wirbelsäule eine richtig angenehme Geschichte. Kennt man, da gebe ich dir völlig recht, normalerweise aus dem Orthopädie-Fachgeschäft. Oh, es ist echt geil. Muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Wir stehen den ganzen Tag auf hohen Schuhen. Oh, das fühlt sich gerade an wie zwei Wochen Wellnessurlaub. Und so, als würdest du am Sand laufen, so uneben. Also, das ist echt toll. Ja, also unsere Mädels sind begeistert. Worauf warten Sie noch, liebe Zuschauer? Das gefüllte Noppensitzkissen und Balancekissen für Yoga, Fitness und Co. hat bei uns die Bestellnummer NC2818 und die 569. NC2818 und die 569. Für das aufrechte Sitzen oder für die Massage oder zur Stimulation von Muskelgruppen, die man normalerweise so ohne weiteres nicht so leicht erreichen kann. Und das Ganze für 10 Euro in jedem Orthopädie-Fachgeschäft, werden Sie wahrscheinlich dafür dann doch noch deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Ihr seid begeistert, oder? Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. So, und wir machen weiter. Oh, meine Füße fühlen sich jetzt echt toll an. Kann man bestimmt auch so für den Rücken nehmen, so als Massage. Wenn du dich anlehnst. Ja, möchte ich auch wetten. Ein Sitz, Rücken, Fuß, Kissen. Oh, ja. Das haben wir doch normalerweise in einer ganz regulären Sendung. Eine Stirnlupe mit 1,2, 1,8, 2,5 und 3,5-facher Vergrößerung und Licht. Und damit sehen Sie auch wirklich die kleinsten Details. Und man hat hier vier Austauschlinsen. Die kannst du sogar miteinander kombinieren. Und das Schöne ist, du trägst es auf der Stirn. Sprich, du hast deine Hände frei. Und wenn es dunkel ist, dann machst du es Licht an. So, Augenblick. Professor Doktor Carsten Buland. Doktor Carsten Buland. Moment, das kann man irgendwo hier fixieren, meine ich. So. Sitzt gut? Ne, rutscht ein bisschen runter. So, der. Oh. Stell dir. Du hast ja eh gemeint, du brauchst eine Brille. Ist das deine Sehstärke ungefähr? Ja, ich hatte an ein etwas handlicheres Modell gedacht. Aber ist alles gut soweit. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt hier eine Sehhilfe oder sowas hat. Es geht ja um eine Vergrößerung. Du hast hier insgesamt, Moment. 1,2, 1,8, 2,5, 3,5-fach Vergrößerung. Also noch vier weitere. Oder du kombinierst es miteinander. Kann man auch machen, natürlich, ganz klar. Das heißt, ich glaube, bis zu einer 8-fachen Vergrößerung funktioniert das hier. Und jetzt kannst du natürlich, und hast die Hände frei, hervorragend damit arbeiten. Egal, ob das Näharbeiten sind, ob das Bastelarbeiten sind. Egal, was du machen möchtest, jetzt hast du die Hände frei. Und hast trotzdem eine vernünftige Vergrößerung. Und das in unterschiedlichen Stärken. Je nachdem, wie du es gerade brauchst. Und hier im oberen Teil ist sogar noch eine Beleuchtung drauf. Die lässt sich auch drehen und im Winkel verschieben, sodass du auch da nochmal eine vernünftige Beleuchtung hast. Bei Carsten sieht gerade die Nase. Bitte? Kannst du mal bitte in die Kamera 2 gucken, Carsten? Wieso, was ist da? 2? Nach rechts, ja. Nein, 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 ja. So, da gehört es hin, oder? Lass mal los. Ja, ich habe ja noch... Ihr seht meine Nase, ach so. Es moderiert für Sie heute die 10-Euro-Show-Carsten-Nase. Ja, day. Aber das Schöne ist, du hast die Hände frei. Ob du jetzt bastelst, ob du was liest, ob du den Briefkopf anschauen möchtest, Briefmagen, Festplatte, also alles. P1553 und die 569 ist die Bestellnummer für diese tolle Stirnlupe. Und Anna hat jetzt schon mehrfach zugegriffen, unter anderem auch beim Preisalarm und bei der Kaffeemühle auch. Anna, Sie haben echt Geschmack, muss ich sagen. Anna ist auf Shopping-Tour. Vernünftig. Aber ganz ehrlich, so eine Kaffeemühle für 10 Euro ist ein Knaller. Das Kissen war für 10 Euro ein absoluter Knaller. Das Erste, was wir haben, was war das nochmal? Leuchtturm? Nee. Bitte? Leuchtturm? Die Springform. Entschuldige mal bitte, 5 Springformen für einen 10er. Das ist ein Knaller. Wie alles in dieser Sendung, finde ich. Grundsätzlich merkt man auch jetzt mal wieder, dass man in der 10-Euro- aber auch in der 5-Euro-Berraschung-Show immer wieder mal einen richtigen Schnapper machen kann. Finde ich ganz hervorragend. Hier kriegst du Artikel, die suchst du an anderer Stelle für diesen Preis absolut vergeblich. Und da sind immer wieder ein paar nützliche kleine Helferlein dabei. Also wir machen Ihnen das Nein-Sagen auch am heutigen Tage. Wieder sehr, sehr schwer. Das war dein Geschenk. Und jetzt haben wir zum Abschluss noch einen schönen LED-Schriftzug Home, also zu Hause, aus Holz und Spiegeln mit Timer und Batteriebetrieb. Zeig mir den mal gerade. Wow. Oh, schön. Guck mal, wie schön. Oh, wie schön. Ich habe so einen ähnlichen mal geschenkt bekommen. Home, sweet home. Ja, home. Home. Das ist ein Gefühl von zu Hause, von Heimat. Finde ich sehr, sehr wichtig. Oder? Ander hat zu Hause auch. Home. Sie ist sehr zufrieden. Ja. Ich finde das schön, weil das ist so ein Spiegel. Und damit zauberst du wirklich eine ganz gemütliche Atmosphäre. Das hat so ein bisschen was von Hollywood. Wenn um den Spiegel diese Lichter ringsherum sind. Und das ist ein Holzrahmen. Also das sieht total schick aus. Vor allem ist es nicht mit Strom betrieben, sondern mit Batterien. Dreimal Typ Doppel A. Ja, richtig. Bis zu 100 Stunden im Dauerbetrieb. 15 Tage im Timer-Modus. Das heißt, das gute Stück hat also auch noch eine Timer-Funktion. Sechs Stunden an und 18 Stunden aus zum Beispiel. Macht natürlich Sinn. Ich sage mal, du brauchst jetzt nicht den ganzen Tag über die Beleuchtung. Die siehst du tagsüber wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt. Zumindest nicht so in dieser Form. Deswegen macht es Sinn, in den Abendstunden zum Beispiel von 18 bis um 0 Uhr das Ganze zu timen. Dann geht es automatisch wieder aus und am nächsten Abend um 18 Uhr dann wieder an. Die Bedienung ganz einfach über einen Schalter auf der Rückseite. Dauerbetrieb, Timer oder eben aus. Und das Ganze eben mit weiß lackierter Holzumrandung. Und die Buchstaben sind nicht nur mit den 24 warmweißen LEDs verziert. Warmweiß finde ich auch sehr schön. Gibt eine sehr schöne harmonische Grundfarbe. Du hast natürlich jetzt auch noch die verspiegelten Buchstaben. Sehr, sehr cool gemacht hier. Ich kann von der Größe nur schätzen. Da gibt es keine Info drüber. Ich tippe mal um die 30, 35 Zentimeter lang und so um die 10 Zentimeter hoch, oder? Könnte hinkommen. Das ist auch mal eine schöne Geschenkidee für jemanden, der gerade umgezogen ist. Oder die erste eigene Wohnung. Also das ist, man fühlt sich gleich zu Hause. Ob in der Fensterbank, auf einer Kommode, auf einem Tisch. Es sieht einfach immer schön aus. Und auch mal jetzt so, wenn du kleines indirektes Licht möchtest, nicht die große Festtagsbeleuchtung. Es sieht einfach unfassbar gemütlich aus, oder? Ja, gerade dann, wenn du mal abends da sitzt, da willst du nicht unbedingt das große Licht anmachen. Da brauchst du hier und da einfach mal eine kleine Lichtquelle. Und so etwas einfach mal im Schrank stehen zu haben, auf dem Schrank mal so als Deko-Element, ein schönes Blinzchen daneben. Das sieht einfach gemütlich aus. Jetzt würde mich mal interessieren, liebe Redaktion, was kostet sowas in der UVP des Herstellers? 25 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Das ist auch ungefähr der Satz, den man für vergleichbare Artikel schon mal in diesen Deko- und Einrichtungsgeschäften bezahlt. Selbst ohne Beleuchtung. Liegst du da gut und gerne mal so bei 15 bis 20 Euro. Wenn die Beleuchtung dazukommt, glaube ich, 25 Euro müsste in etwa hinkommen. Sie bekommen diesen Artikel heute für 10 Euro bei uns. Und auch den dürfen Sie gerne mehrmals bestellen, bis zu fünfmal an dieser Stelle. Und ich finde allein dieses Warmweiße mit dieser Spiegelbeleuchtung im Hintergrund wunderschön. Gerade auch mit dem Weiß, das ist neutral, das passt überall rein. Und wird sicherlich auch Ihr Zuhause. Sehr, sehr schön und sehr, sehr elegant verschönern. Bestellen wir hierfür für den LED-Schriftzug Home aus Holz und Spiegel mit Timer und Batteriebetrieb ist die NX 7703 und die 569. Die NX 7703 und die 569. Sehr schöne Artikel, wie alles andere auch in unserer 10-Euro-Berraschung-Show, liebe Zuschauer. Wenn was für Sie dabei war, greifen Sie noch zu. Der TV-Sonderpreis gilt natürlich noch in den nächsten zwei Stunden. 0851, 51 und 3 mal die 4. Bis zum nächsten Mal.